Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get On Board aus einer etwas anderen Ecke mit ein bisschen neuer Technik bepackt und ich dachte mir, ich ändere das Ganze mal ein bisschen ab für ein paar Videos. Heute mit einem besonderen Thema Legacy-Spiele und einem ausführliches Talk On Board dazu. Los geht's! Und ich muss sagen, es ist noch ein bisschen ungewohnt hier zu stehen, aber ich glaube, wir gewöhnen uns da schnell an. Aber ich habe gehört, stehen ist sinnvoller und gesünder als sitzen. Und wenn es ein ausführliches Talk On Board sein soll, dann probieren wir es ein bisschen gesünder zu machen. Denn die Anfangsfrage, die ich mir stelle in diesem Video ist, sind Legacy-Spiele im Mainstream angekommen? Ich finde, die Frage kann man gerade jetzt stellen. Die Nominierungen zum Spiel des Jahres sind seit knapp zwei Wochen jetzt raus. Und es war My City als Spiel des Jahres nominiert. Ist auch so von vielen der große Favorit auf den Gewinn dieses Jahr. Und Kings Dilemma ist nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Das sind zwei Spiele mit Legacy-Aspekten, mehr oder weniger teilweise. Und da kann man die Frage stellen, sind die wirklich schon in der Mitte der Gesellschaft sozusagen angekommen? Ist das Mainstream-fähig? Ist das für die Leute, die wenig spielen, was a. Neues? Und b. Kann man da leicht reinrutschen? Ist das leicht verständlich? Weil eigentlich ist der Legacy-Mechanismus an sich ein ziemlich komplexer, finde ich. Und wo man ein bisschen mehr Zeit mit verbringen muss, um das zu verinnerlichen. Ich habe aber mal, gehen wir mal von vorne vor, wenn ihr nicht genau wisst, was Legacy-Spiel ist. Nicht schlimm. Eine Definition kommt jetzt gleich. Aber es gibt bei BoardGameGeek, der Spiele-Datenbank online, nur 42 Einträge, witzigerweise die Zahl 42, zum Legacy-Eintrag. Also wenn man da nach Legacy-Spielen sortiert, gibt es genau 42 Einträge. Das sind aber bei weitem nicht alles nur Grundspiele, sondern ganz viele davon sind Erweiterungen oder irgendwelche Promopacks oder nur angekündigte Sachen, die irgendwann rauskommen werden, 2020, 2021. Also wie gesagt, bei weitem nicht alles wirklich Spieler. Es gibt also viel weniger. Und die BoardGameGeek-Definition ist, dass Legacy-Spiele multi-session games in which permanent and irreversible changes to the game state carry over to future plays. Also übersetzt, ein Spiel, welches über mehrere Sitzungen stattfindet und andauernde, unwiederbringliche Änderungen im Spielgeschehen von Spiel zu Spiel oder von Runde zu Runde fortschreibt. Das ist deren Definition. Ich war ein bisschen überrascht, dass es definitiv über mehrere Sitzungen stattfinden muss. Macht aber eigentlich auch Sinn, wenn quasi eine Spielrunde das nächste beeinflussen soll. Und das ist eben eine der Definitionssachen. Ich habe noch ein paar Sachen rausgefunden, die für mich, die jetzt hier nicht direkt ersichtlich sind, die ich noch dazufügen würde. Normalerweise ist das sehr Story-lastig. Das heißt, eine Geschichte wird fortgeschrieben. Es ist dementsprechend auch sehr handlungsgetrieben. Permanente Änderungen äußern sich häufig durch das Aufkleben von Stickern oder das Zerreißen von Karten. Und die Sticker dann entweder auf Karten geklebt oder aufs Spielbrett geklebt oder auf sein Spielertableau geklebt. Zerrissene Karten, schon erwähnt. Das heißt, man zerstört auch permanent die Spielmaterialien, die mit dem Spiel kommen. Und das Öffnen häufig von erweitertem Spielematerial. Da sind irgendwelche versteckten Sachen drin oder es sind Dosen oder Kisten oder Boxen drin, die man dann öffnen kann, wo man nach und nach noch mehr Spielelemente oder Spielmaterialien dazubekommt, mit denen man dann spielen kann. Und eben ein sich dauerndes, häufig dauernd abänderndes Regelwerk, was dann dazukommt. Noch die bekanntesten sind, glaube ich, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon so gespielt habt. Das würde mich interessieren. Im Hintergrund könnt ihr es schon erschwingsen. Sage auch gleich, was meine Legacy-Spiele sind, die ich so in meiner Sammlung habe, noch in meiner Sammlung habe. Das bekannteste, glaube ich, ist Risk, also Risk Legacy, der Originaltitel von Risiko. Das war auch, glaube ich, so ziemlich das erste Legacy-Spiel. Ich habe es nicht gespielt. Dann Pandemie-Legacy, das könnt ihr da hinten auch schon erspähen, was momentan, glaube ich, Nummer 2 bei BoardGameGeek ist von allen Spielen. Und Gloomhaven, was auf 1 von allen Spielen bei BoardGameGeek ist. Wobei ich da immer wieder überrascht bin, dass das der Legacy-Familie zugerechnet wird. Überhaupt nicht zu Unrecht, aber ich denke halt nicht zuerst an Legacy, wenn ich an Gloomhaven denke, weil es noch so viele andere Sachen in sich trägt. Und das ist direkt eine Unterscheidung, finde ich, die man machen muss. Ist ein Legacy-Spiel primär ein Legacy-Spiel oder ist der Mechanismus, sage ich jetzt mal, Legacy nur Beiwerk bei einem Spiel? Zum Beispiel Pandemie-Legacy, finde ich, stellt in die Mitte schon das Legacy-Spielerlebnis. Und drumherum ist eben der Spielmechanismus zum Beispiel von Pandemie gewoben. Aber in erster Linie ist es ein Legacy-Spiel. Da kann man jetzt drüber streiten, wo ist da die Abgrenzung. Ist manchmal auch sehr, sehr eng und manchmal was weitergefasst. Aber ich finde, bei Pandemie steht Legacy im Mittelpunkt. Zum Beispiel aber bei Gloomhaven ist Legacy nur ein kleiner Teil. Also je nachdem gibt es unterschiedliche Sachen und dann wird wahrscheinlich noch viel mehr rauskommen in Zukunft, dass das die Grenzen nochmal verschwimmender macht. Unwiederbringlich, also diese unwiederbringlichen Abänderungen sind auch sehr unterschiedlich von Spiel zu Spiel, von Legacy-Spiel zu Legacy-Spiel. Zum Beispiel gibt es bei Charterstone, das ist ein weiteres Legacy-Spiel aus dem Hause Stonemire Games im englischen Original und im deutschen beim Feuerland Verlag erschienen. Da gibt es ein sogenanntes Recharge-Pack, das man durch das ganze Spiel nochmal durchspielen kann mit einer anderen Gruppe oder mit derselben Gruppe, aber in einer anderen Art. Weil man ja was Einzigartiges erschafft. Und man kann mit diesem Recharge-Pack, glaube ich, das Spielbrett ersetzen, sodass man nochmal neu durchspielen kann von Neuem. Ich habe es aber nicht gespielt und ich weiß auch nicht, was das Recharge-Pack genau macht. Das ist ja noch so eine Sache. Ich probiere komplett ohne Spoiler zu bleiben. Also ich probiere es nicht, ich werde ohne Spoiler bleiben. Aber es ist natürlich, wenn man gar nichts über so ein Spiel wissen möchte, dann ist halt die Frage, informiert man sich überhaupt über diese Legacy-Spiele oder lässt man es dann ganz? Also das Recharge-Pack, dass man das nochmal auffrischen kann, das gibt es zum Beispiel bei Charterstone. Bei Gloomhaven gibt es Sticker, soweit ich weiß. Da gibt es auch ein ablösbares Sticker-Set. Das heißt, man kann die Sticker verkleben und dann ohne sie zu zerstören nochmal ablösen, falls man das Ganze nochmal von Neuem spielen möchte. Und beim Aufstieg der Fenris, welches nach engerer Definition gar kein Legacy-Spiel ist, kommen wir gleich nochmal zu im späteren Verlauf des Videos. Das geht nochmal ein anderer Weg, aber da kommen wir gleich zu. Ein Thema, welches Legacy-Spiele-Autoren gerne wählen, ist Städtebau oder der Aufbau einer Zivilisation oder einer Stadt oder eines Dorfes. Das muss man auch mal sagen, bietet sich natürlich an, weil man da was Eigenes kreieren kann, die eigene Veränderung des Dorfes oder der Stadt dann vorantreibt. Das ist zum Beispiel bei Charterstone so, das ist bei Machi Koro Legacy so, das ist bei Rise of Queen's Tale von Inka und Markus Brand so. Und es gibt auch, wenn man mal drüber nachdenkt, wahrscheinlich gar nicht so viele Themen, in die dieses Legacy-Konzept leicht integrierbar ist. Weil es ja schon was ist, was man selber kreiert, was man abändert von Spiel zu Spiel, was sich vielleicht auch anbietet, mal mehr, mal weniger eine Story mit zu integrieren. Und das ist die größte Frage, die ich heute an euch habe. Welches Thema würdet ihr euch mal wünschen, in einem Legacy-Spiel wiederzufinden? Also gibt es da, oder vielleicht auch ein Spiel, was ihr kennt, was noch keine Legacy-Version bekommen hat. Würdet ihr euch mal wünschen, dass das in einer Legacy, das Legacy-Treatment sozusagen bekommt, wo dann in positiver Form noch mehr Veränderungen, noch mehr, vielleicht zerrissene Karten, was auch immer. Aber schreibt mir das gerne unter das Video, weil ich habe mich lange schwer damit getan, kann jedes Spiel Legacy bekommen, bietet sich jedes Spiel an, definitiv nicht. Wobei es natürlich auch die Autoren gibt, und da gehöre ich nicht zu, die wahrscheinlich da denken, da kann man bestimmt was Interessantes draus machen, würde mich interessieren. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt des Videos, um auf die Designer oder insbesondere einen Designer einzugehen. Und zwar Rob Davio, das ist so der Ziehvater, würde ich jetzt mal sagen, des Legacy-Mechanismus. Der ist auf jeden Fall verantwortlich für ganz, ganz viele Legacy-Spiele, namentlich Pandemie-Legacy, der war Co-Autor, Risk-Legacy, was haben wir noch, Betrayal, Pandemie hatten wir schon, Risk, also Risiko-Legacy, Magikoro-Legacy. Da war der ganz häufig zumindest Co-Autor oder alleiniger Autor und hat auch ein eigenes Legacy-Spiel, ein komplett eigenes Legacy-Spiel rausgebracht mit dem Namen Seafall, was nicht so gut ankam. Die restlichen Legacy-Spiele sind eigentlich für den gesamten Teil ziemlich hoch beachtet und gern geliebt. Es stellt sich die Frage, bietet sich Legacy an für vorhandene Spielsysteme, also sowas wie zum Beispiel Risiko mit einem Legacy-Mechanismus dabei oder mit dem Legacy-Konzept eingearbeitet, bei Pandemie ebenso. Es schaut momentan danach aus, dass zumindest viele Spiele schon den bestehenden Mechanismus oder das Mechanismusgeflecht dann noch mit Legacy ergänzt, dass das gut funktioniert. Macht ja auch Sinn, weil das ist schon gut erprobt, da gibt es schon genug Sachen, wo es eventuell auch genug Spielegruppen gab, die das Grundgerüst schon ausprobiert haben und ein Legacy-Mechanismus einfach nur drüber gestülpt wurde. Und einfach meine ich in Anführungszeichen, weil das dauert ja immer ewig, dass so ein Spiel überhaupt von der ersten Idee zur finalen Umsetzung dann kommt. Da muss man mal sagen, das sind ja eher Jahre, die passieren, bis sowas dann im Regal oder im Geschäft steht. Und das bringt mich zurück zur Anfangsfrage. Ist der Legacy-Mechanismus, ist das Legacy-Dasein, das Spiele-Dasein im Mainstream angekommen? Einerseits ja. Die Allgemeinheit kann ja spätestens jetzt was damit anfangen mit dem Begriff. Vielleicht sollte eins von den beiden gewinnen oder mehr in aller Munde sein, als jetzt überhaupt durch die Nominierung des Spielsjahres schon geschehen. Dann können spätestens jetzt in den kommenden Wochen und Monaten die Leute was damit anfangen, auch die wenig Spieler. Und das ist natürlich auch ein Verdienst von MyCity, weil das ja das erste wirkliche Einsteiger-, zumindest Familienspiel-Legacy-Spiel ist. Und da wird mit Sicherheit auch jetzt nochmal was mehr kommen in den kommenden Monaten und Jahren mit familienfreundlichere Legacy-Spiele, was cool ist. Auch weil es eine einfachere Herangehensweise durch die Gestaltung oder die niedrige Einstiegshürde erfordert oder ermöglicht. Und meine These war mal, dass Legacy-Spiele einen eigentlich automatisch zum Vielspieler machen, zumindest für eine kurze Zeit. Eben weil man das normalerweise mit derselben Runde spielt. Vielleicht nicht mal von den Regeln vorgesehen, aber weil es mehr Spaß macht und Sinn macht, dass die ganze Gruppe dieses Spielerlebnis gemeinsam erlebt, gemeinsam fortschreibt, die eventuell zu treffenden Entscheidungen auch gemeinsam trifft und eben das Erlebnis, dass sich die Regeln abändern, das Spiel verändert, auf sich selber und die Gruppe anpasst, dass man das zusammen erlebt. Und ich weiß nicht, wie viele Spielerunden jetzt zum Beispiel bei MyCity zugrunde liegen, aber die Legacy-Spiele, die ich bisher gespielt habe, gingen so zwischen 8 und 20 Runden, also 28 Spielsitzungen, wobei man dann vielleicht auch mal mehr an einem Tag gespielt hat, je nachdem, wie umfangreich so eine Spielrunde war. Und das ist dann schon mehr, als würde ich sagen, ein Durchschnittsspieler, ein wenig Spieler, so inzwischen, weiß nicht, 1 und 3 Monaten spielt. Also von daher wird man dann vielleicht schon kurzzeitig zum Vielspieler und ist natürlich auch eine schöne Variante, die Leute noch mehr ins Hobby reinzuholen und dem Brettspiel- und Gesellschaftsspielthema noch mal näher zu führen. Andererseits finde ich, nein, es ist noch nicht im Mainstream angekommen, einfach weil es noch nicht genug, davon gibt genug Legacy-Titel. Die Spiele sind dafür einfach zu komplex, zu umfangreich zu designen, zu produzieren und auf eine Art und Weise auch noch zu spielen, dadurch, dass sich eben immer mehr Regeln anhäufen oder immer mehr Regeln dazukommen oder abgeändert werden, glaube ich, dass es noch nicht komplett in den Mainstream übergegangen ist. Jetzt kann man darüber streiten, was ist überhaupt Mainstream, ist es wichtig? Auf jeden Fall nicht. Aber eine These oder eine Grundvoraussetzung, eine Grundfrage wollte ich diesem Thema schon zugrunde legen oder diesem Video schon zugrunde legen. Und wenn man von jahrelangem Design spricht, dann muss man natürlich auch darüber sprechen, was für eine Story hinterlegt man dem Thema Legacy oder dem Spiel, dem Legacy-Spiel, was man designen möchte. Welche Weggabelung kreieren wir, wenn oder wann können wir überhaupt irgendwas wählen? Was kreieren wir hier? Ist es ein Dorf? Ist es die Rettung der Menschheit wie ein Pandemie-Legacy? Und da wird man in Zukunft sehen, wie viele Spiele, vor allem im Familienspiel-Level, da rauskommen. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ich finde Trends immer schwierig zu sagen, weil wann ist sowas ein Trend und wann ist es nur eine zufällige Anhäufung von Sachen? Bei 42 Einträgen inklusive Erweiterungen bei Boardgame Geek ist es jetzt vielleicht noch nicht ganz eingebracht, von einem Trend zu reden, aber es ist mit Sicherheit die spannendste Entwicklung, die ich so in der Brettspiel-Industriebranche die letzten anderthalb, zwei Jahre mitbekommen habe, weil es eben eine sehr umfangreiche Spielart ist. Also jedes Spiel für sich ist sehr umfangreich, dadurch, dass man eben mehrere Sitzungen durchschreitet. Und wie ein entweder schon vorhandenes Spiel den Legacy-Mechanismus umsetzt, oder ein Legacy, ich sage immer Mechanismus, es ist nicht wirklich ein Mechanismus, aber das Legacy-Konzept umsetzt, oder ein komplett neues Spiel, was darauf setzt, wie gut bietet sich das, was der Autor sich ausgedacht hat, für diesen Legacy-Modus eben an. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Was sind weitere Punkte, die man noch ansprechen müsste oder muss, wenn man eine ausführliche Abhandlung in einer Videoform von Legacy-Spielen machen möchte? Ich habe es eben schon angerissen, häufig sind es eben Reinkarnationen von bereits bekannten, veröffentlichten Spielen, die Legacy-Spiele dann reinkarnieren eben. Zum Beispiel Pandemie habe ich erwähnt, Pandemie-Legacy, Machi Koro, Betrayal, Wehrwolf, Risiko, Clank habe ich eben noch nicht erwähnt, also Klong-Legacy, wo ich mich sehr darauf freue. Das sind häufig erfolgreiche, mehr oder weniger erfolgreiche, gestandene und vor allem erprobte Mechanismusgerüste, die dann eben mal mehr oder weniger vom Legacy-Prinzip durchsiebt werden. Seafall von Rob Davio war eben eher ein Flop, obwohl Rob Davio der Designvater dieses Mechanismus ist und auch von vielen, das weiß ich, von vielen Designern konsultiert wird und die berät, wie man ein Legacy-Spiel umsetzt. Warum? Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich zu viel vorgenommen, vielleicht kennt er sich eher mit der Legacy-Umsetzung aus und nicht so mit der Spielekreation und vielleicht wurde er auch ein bisschen vom Verlag gedrängt, es schnell rauszubringen, weil eben das so ein in aller Munde war, Trend will ich jetzt nicht sagen, aber eben in aller Munde war. Viele Mutmaßungen, genau weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht so gut ankam oder nicht so den Geschmack der Spieler getroffen hat, aber ich weiß, dass damals noch, als das rauskam, die Vermutung so war, alles, was Legacy drauf hat oder was Legacy sich nach Legacy anhört oder sogar im Titel hat, muss super sein. Soweit sind wir jetzt nicht mehr. Ist auch logisch, weil man kann ja nicht einfach Legacy auf ein Mistspiel schreiben und dann plötzlich ist es gut. Aber ich glaube, Leute, die Legacy-Spiele rausbringen, häufiger als nicht, wissen schon, was sie machen, eben weil es eine Mammutaufgabe ist, so ein komplexes Gerüst, unabhängig davon, wie komplex die Regeln sind, von Entscheidungen, die die Spieler treffen können, dass es auf jede Gruppe abgestuft ist, dass jedes Endprodukt, was da entsteht am Spieletisch, dann auch wirklich noch funktioniert. Bei den ganzen eigenen Entscheidungen, die die Spielegruppe einfließen lassen. Sei, Aufstieg der Fernriss, wollte ich eben noch erwähnt haben, habe ich eben auch schon angerissen. Welches ich persönlich als Legacy-Spiel bezeichnen würde, nach der eigenen Definition von Board Game Geek ist es das nicht, weil es nicht irreparable, sage ich jetzt mal, Veränderungen sind, die in diesem Spiel passieren. Denn die Runden bauen zwar aufeinander auf, es schreibt auch mehr oder weniger eine Geschichte, wobei die fand ich jetzt gar nicht so interessant, sondern mich hat eher interessiert, was passiert jetzt mechanismusmäßig und was kommt noch als Spielgeschehen neu dazu bei Scythe, der Aufstieg der Fernriss. Aber die Sachen waren alle zurück, und zwar komplett zurücksetzbar. Man konnte alles wieder in den Boxen verpacken, man musste keine Karten zerreißen, es gab keine Sticker, die man irgendwo aufgeklebt hat, aber das Spielgeschehen hat sich schon dramatisch verändert. Und vor allem, und das ist für mich der Punkt, der bei mir, wenn ich Legacy spiele, am interessantesten ist und am meisten im Fokus steht, die Sachen haben die nächsten Runden beeinflusst, sodass man total Lust hatte auf die nächste Runde. Und das, finde ich, ist auch mit der positive Aspekt bei Legacy-Spielen, dass man nicht nur während der Spielerunde sich darauf freut, die Mechanismen auszuloten und hier was zu probieren und da was zu probieren, sondern eben auch, wenn das Spiel vorbei ist und normalerweise der Höhepunkt schon lange erreicht ist, dann kommt nochmal so ein zweiter Höhepunkt, dass man denkt, okay, was erwartet mich denn jetzt beim nächsten Spiel, was normalerweise bei Spielen eben nicht der Fall ist. Klar gibt es manchmal Varianten, mit denen man noch spielen kann, aber dass neuer Mechanismus wegen Entscheidungen, die die Gruppe getroffen hat oder du als Spieler getroffen hast, dann im nächsten Spiel noch mehr dazukommt, das ist eben nur bei Legacy-Spielen so. Und das ist faszinierend, macht Spaß, hält die Gruppe zusammen, sodass man sich auch danach noch weiter treffen möchte, also dass man sich schneller verabredet oder sagt, komm, wir spielen jetzt direkt noch ne Runde, was bei vielen Spielen sonst nicht so in der Form passiert, meiner Meinung nach. Aber sonst ist bei Legacy-Spielen die Lebensdauer eines solchen Spiels manchmal eben begrenzt. Also ich hole gerade mal meine Boxen, warte. Also die Fenris-Box, die ich eben schon erwähnt hatte, wo man eben wieder alles zurückpacken kann. Und diese Box hier, die Pandemie-Box, die ist eigentlich wirklich nur noch Deko. Mit ein paar Anpassungen, Regelanpassungen könnte man das bestimmt noch spielen, aber da ich das Grundspiel habe, würde ich eigentlich nicht mehr darauf jetzt zurückfallen. Und dann ist das, das ist jetzt kein Müll, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Spielrunden, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, danach vielleicht entsorgt hätten. Und dann ist es schon schön, wenn sowas wie bei Scythe passiert und man die Sachen eben wiederverwerten kann. Aus Kostengründen, aus ökologischen Gründen, aus ökonomischen Gründen, dass man das Spiel dann weiter spielen kann. Ob mit derselben Gruppe oder vielleicht sogar weiter verkaufen, wenn man möchte. Vielleicht hat man dann ein paar Überraschungen verdorben, weil man schon ein paar Sachen ausgepackt hat, aber dahingestellt. Negative Aspekte war ich bisher relativ positiv, weil ich auch ein Fan von dem Mechanismus oder dem Konzept bin geriert habe. Ich habe aber auch für mich ein paar negative Aspekte, die ich gerne erwähnen würde. Ich finde, es kann Gruppen überfordern, nicht nur Spieler, sondern auch Gruppen, weil eben andauernd neue Regeln dazukommen. Das war bei mir bei Pandemie durchaus so, dass die dauernde Regelabänderung und Regeln, die dazukamen und vor allem, und das ist direkt der zweite Punkt, wenn man zu viel Zeit zwischen den Spielrunden gelassen hat, dass dann es dazu kommen konnte, dass man nicht mehr genau wusste, warte mal, war die Regel jetzt schon außer Kraft gesetzt? War sie schon abgeändert? Bei Pandemie, ist den Weg gegangen, dass man Sticker ins Regelheft geklebt hat. Man musste aber dann trotzdem häufig, nicht permanent, aber häufig nachlesen, nachschlagen, was ist gerade die aktuelle Regel, die sich abgeändert hat. Und dazu sollte man, man muss es nicht, aber man sollte nicht nur wegen der Handlung, sondern auch eben wegen Regeln, wegen der Auffrischung, die dann sonst wieder erfolgen muss, solche Legacy-Spiele eigentlich hintereinander wegspielen. In einer kurzen Zeitabfolge. Oder halt jemand sein, der sich sowas sehr, sehr gut merken kann oder in einer Gruppe sein, die zumindest einen dabei hat. Ich gehöre nicht dazu. Das heißt, ich wäre eher jemand, der das hintereinander wegspielen kann und dann ist eben die Terminabsprache, wann können wir das wieder spielen, wann haben wir wieder ein, zwei, drei Stunden Zeit, um vielleicht ein oder zwei Partien zu spielen. Was Fluch oder was Segen ist, ist eben auch Fluch, dass dieses schöne Konzept dann eben auch Zeit erfordert. Aber das muss jeder für sich selber wissen, ob er das als starken oder kleinen oder gar keinen negativen Punkt sieht. Aber dass ein hoher Zeitaufwand und die eigentlich eher dieselbe Gruppe benötigt wird, passt halt vielleicht nicht jedem. Das war der Talk über Legacy. Hier habt ihr nochmal Charterstone und das zwar schon ausgepackte, aber noch nicht gespielte Rise of Queen's Cell, was ich gerne spielen würde. Aber das ist eben wieder sehr kleine negative Aspekt, eine Gruppe zusammen zu bekommen, die das dann durchspielt. Ich glaube, bei Rise of Queen's Cell ist es zum Beispiel auch so, dass man die Spieleanzahl danach nicht ändern kann. Das heißt, wenn jemand aussteigt, muss man wahrscheinlich jemanden weiteren suchen, der das Spiel dann mitspielt, der dann quer einsteigt sozusagen. Das ist manchmal so, manchmal so geregelt bei den Spielen. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr schon an Legacy-Spielen gespielt habt und was ich euch eben noch gefragt habe. Welches Spiel würdet ihr gerne mal als Legacy-Variante sehen? Das interessiert mich sehr. Ich unterschreibe vielleicht auch nochmal in die Kommentare, was meine Top-Favoriten darauf wären, über was ich mich besonders freuen würde. Wenn ich irgendwas vergessen habe, lasst auch gerne einen Kommentar da. Vielen Dank, dass du uns zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!